In diesem Video werden wir Plasma mit Mikrowellenmagnetron-Mikrowellenenergie erzeugen. Nimm das Lila weg. Ich mag dieses hier lieber. Ich kann die Wärme davon spüren. Das Gas in der Glühbirne hilft Ihnen, die Radiowellen zu sehen. Wow. Da ist Plasma. Ein echtes Gerinnsel. Brennen. So gelb. Es kann explodieren. Lass es explodieren. Suchen. Festhalten. Halt. Schau, was mit der Glühbirne passiert ist. Ihr Glas ist durch die Erwärmung wie eine Blase aufgequollen und geplatzt. Mal sehen, was mit der Büroklammer passiert. Jetzt brennt sie durch die Untertasse. Versuchen wir es an einem Baum. Das Kabel ist intakt. Versuchen wir es mal auf Glas. Nehmen wir einen dickeren Draht. Es gibt auch so eine Lampe. Sie leuchtet seltsam. Und die Drähte rauchen. Siehst du das? Warum rauchen sie? Wow. Mach es weiter. Unterhaltungsmusik. Zeigen Sie auf die Glühbirne. Wow. Ist es ausgebrannt? Wow. Und was war es? Es durchbricht die Isolierung? Es ist unglaublich. Es entzündet sich auf große Entfernung. Komm näher. Zeig das Plasma der Kamera. Schau, wie hell es brennt. Es ist noch nicht vorbei. Wow. Es ist geplatzt. Aber nein. Das ist eine brennende Tafel. In dieser glüht etwas. Sie ruinieren die Glühbirnen. Schau einfach. Richten Sie den Strahl auf ihn. Beobachten Sie, wie es aufleuchtet. Im nächsten Video sorgt das Magnetron für echte Mutationen. Abonniere unseren Kanal, um nicht zu verpassen. Und gehen Sie auch auf unser Instagram, um herauszufinden, wie wir das machen. Verde mit 5ВО-1-733 s. So. 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 So Ás Sư 577-9610-970-thatim-96510-724-9010-282013-825-902013- historia. So. So. Soigan. So. So Wuhan.